Da können sie dann ein Treffpunkt, Ecke 4. und Townside Da hat er mich gesehen? Ja, hat er Hat er nicht? Jetzt hat er aber Und tschüss Mir gibt sie immer den Kick, wenn ich das sehe So, wir suchen Stokes, die von Schützen Oh, da bist du Okay, dann bleib lieber hier Moment, was ist hier? Stare 2, no roof access Da bin oben Da ist ja einer Alter Das ist meine Lieblingswaffe Dafür scheitze ich sogar auf das Gerät Aber jetzt kann ich episch slow-mo Warum passiert sowas? Nein, ich meinte sowas What the fuck, wie er sich geduckt hat Und das in Slow-Mo Oh ja So, ich kümmere mich mal um den ganzen Sniper Hier kann ich zoomen Irgendwie konnte man zoomen Oh ja Alles bist du, ich wollte dich jetzt töten Okay, das müsste ich in Interception sein Okay, das müsste ich in Interception sein Oh ja, jetzt komme ich so langsam in Fert. Was? Hey damit. Oh. Chessy. What the fuck is he? Stokes angreifen? Ich bin immer vorsichtig. Okay. Where is that thief? Oh, he's there. Okay, careful ma weiter. Oh, verdammt. Camper. Ich heiße Camper. So, Stefan. So, wo geht's hier weiter? Ah, die Treppe. Wie offensichtlich. Oh, ich habe hier. Ich habe nie meine Ruhe, das ist unglaublich. Quickscoop. Oh, noch so ein scheiß Snapper. Okay. Okay, das war er. Oh, wow, wow. Fuck, 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 fuck. Und in der Slow-Mo kann ich nicht snipen. Also nicht im Nahkampf. hab ich ihm den Arm abgeschossen? Nein, bleib wo du bist. Oh, das ist doch jemand. Wunderbar. Oh, ich komme hier eigentlich weg. Wo ist mein Ding? Wo ist mein Baby? Ja, sorry. Mein Gott. Ja, noch mehr Munition. So, wo bin ich denn hier jetzt wieder? Ah, das sieht unheimlich aus. Ja, das sieht immer unheimlich aus. Ich bin sicher, dass ich mich hier hinfahre. Sagen Sie wirklich etwas? Natürlich bin ich sicher. Sie muss hier irgendwo stecken. Ich bin sicher, dass die Gryffin noch die Frauen in Ruhe ist. Nun, es ist nicht wichtig. Ich sehe hier keinen Kopf oder so. So, es geht ab. Okay, ich komme. etwas Interessantes, so ein bisschen abwechslungsreich. So können wir jetzt mit diesem Power Armors Hood rapen. Epsche Musik. Ein Videospiel in einem Videospiel sozusagen. Richtig da. Macht Spass. Vor allem dir, die sich... Hier kann man sich nicht gruseln. Nein, da müssen sich die Gegner gruseln. Natürlich kann man sterben. Die Musik ist aus 4-1. Und aus den ganzen Extraction-Dingen ziemlich bekannte 4-Musik. Eine coole Musik. Und wir haben totale Macht. Ich weiß nicht, welche Musik. Gibt es in 4-3 übrigens auch. Weil das Modell dort ist ein bisschen besser. Wo muss ich lang? Ich muss glaube ich irgendwo... Ah da. Toll, in diesem Loch und ich sehe es nicht mehr. ich habe auch Raketen die ich später benutze links und rechts könnt ihr sehen je 4 kann ich auf 1 4 ich kann je 4 auf einmal abfreuen ich habe auch so eine Thermal sichtvoll episch das einzige was mir gefällig werden kann sind andere Power Armor Einheiten und Raketen was ich mit DAD zum Beispiel was ich mit der Power Armor gemacht habe vorhin als ich sie gekillt habe das können die mit mir die machen eher weniger gut um so Elektro genauten die Zappel verschmeißen lebt einer wir abhauen Rampage fuck wir kommen nicht weiter glaube ich jetzt muss ich da aussteigen das ist ich habe noch nicht mehr steigen hier das ist konsumiert kann man sich schneller durch die zerstörte stadt bewegen und sie noch mehr zu stellen das war so eine kleine einheit die sind schneller agiler aber ein bisschen schwächer diese diese anzeige neben den gegnern gelbe jetzt das zeigt hat ich sage mal das zeigt die gefahren diese kleinen gegner sind stufe gelb keine gefahr oder minimale gefahr und die raketen werfen und die anderen haben rot das zeigt auf welche ich mich zuerst konzentrieren muss wenn ich darauf komme auch die massacres auch es ist die hier hier auch aber auch 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 Wenn ich jetzt noch teffen würde. So, hat reichlich Schaden gemacht. Vielleicht bekomme ich gar nicht mehr weiter. Jetzt muss ich gleich in diese Tür, soweit ich weiß. Oh, er hat sie gesehen. What the? Ich kann dir helfen. Einzig, Schleswig. Ich werde dich nicht lassen, glaub mir. Ich muss uns die Sicht so beschissen. Oh, was ist mir ein Schrei? Rippet, Maiden! Ich sehe nichts. Zu der Hölle. Oh, what the fuck? Ja, du willst ihr helfen und dann beschießt du sie. Boah, das wird sie nicht gesehen für den heiligen Scheiß. Warte, ich komme, ich komme, Griffin. Halte durch, mein schwarzer Kumpel. Da bist du. Oh, da bist du, Loks. Riffin braucht Hilfe, los! Ja, ich komme, ich komme schon. Da bist du ja. Ah, wie Sie gesehen haben. Ah, da! Oh fuck, das hat ich nicht erwischt. Ein Tintak, oh fuck, das ist auch nicht. Shit. Oh mein Gott, griffen! Was zum Henkelchen? Mist! Entspann dich, Stokes. Wir müssen los, Beckett. Ja. Ich geh mich nur kurz umschauen. Er muss vor uns sein. Okay, ja geh mir, geh mir. Besser. Ich werde verrückt. Ja, und dich gehst. Ich hab also den ersten Teil auch ges... Was im Tafel tust du da? Stokes. Wir schütteln's überall. Stokes. Ich geh nie dorthin, wo ein Typ gerade zerfetzt wurde von schwarzen Tentakten. Lass uns hier raus, Beckett. Meine Worte. Ich bin schwarzer Typ von schwarzen Tentakten geraped. Was für eine Ironie. Also, geh mir. Stokes. Habe ich das Spiel jetzt gegen geglitscht? Wenn's jetzt nochmal geht, dann mach ich mir Sorgen um sie. Wird jetzt nötig. Ich geh mal. Komm. Das ist unsere Mitfahrgelegenheit. Komm ich da rund? Ah. Hö, hö, hö. Komm. Ist doch. Gerne. Mitfahrgelegenheit, Lieutenant? Gerne. Komm. Komm ich da. Ich geh da rein. Ich geh da rein. Komm. Ich geh da rein. Wo ist Drifton? Lasst uns einfach hier raus. Missed. Da ist noch raus. Der Wagen war voll. Der Wagen war voll. Ich geh da rein. Keine blassen Schimmer, aber wir sind mittendrin. Alma hat Sergeant Griffin getötet. Sie konnten sie nicht daran hindern. Nun versuchen sie zusammen mit den überlebenden Teammitgliedern zur Wade Grundschule zu gelangen und Colonel Wannock's Leute daran zu hindern, Snakefist und Genevieve Aristide zu erreichen. Oh ja, jetzt kommt die Grundschule. Die Grundschule.